Einen schönen guten Abend YouTube, der schmutzige Daniel oder Daniel Der Dirty für euch ist wieder am Start und ich werde ab 12.30 Uhr heute am 25. Januar 2013 einen Livestream starten. Es wird ein Google Plus Hangout sein, in dem werde ich euch erste Eindrücke aus dem Spiel Path of Exile aus der Open Beta präsentieren und ihr könnt live dabei sein, wenn ihr wollt. Dazu müsst ihr einfach am besten mein Google Plus Hangout Tutorial Video gucken. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage ciao, bye, bye. Bis dahin, man sieht sich dann um 12.30 Uhr.